Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich hier dafür euch in Battle for Esser unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Wüstenplünderer und für diesen müssen wir einen Haufen grauer Items hier in der Wüste aufklauben. Und zwar ist das die Wüste von Voldoom. Die haben wir hier und ihr seht schon, ich habe über TomTom mir schon einen Haufen kleine Marker gesetzt, wo diese Items sind. Ich habe mir da drei Makros gemacht, das kann ich euch mal zeigen. Hier sind eins, zwei, drei Makros, die werde ich euch einmal unten mit verlinken, dann könnt ihr da vielleicht ein bisschen einfacher das mitsuchen. So, wo sind die Items? Und zwar, ich bin jetzt hier schon beim ersten. Das ist hier relativ weit oben auf den Koordinaten 64, 36 und zwar in einer Höhle. Wir sind jetzt hier oben in dem Tal und dann müssen wir hier ran, da ist auch die Koordinate von TomTom. Und dann geht es einmal hier runter in die Höhle und ich habe sogar noch ein Add-On. Das müsste wahrscheinlich jetzt auch bei Handy Notes mit drin sein, die mir auch manche anzeigen, aber komischerweise nicht alle. Und zwar können wir dann hier das erste Item gleich looten und zwar müsste das irgendwo hier rumflacken. Genau, da ist es. Da haben wir die Flöte und ihr seht, das ist einfach nur ein graues Item, was wir für ein Gold irgendwas verkaufen können. Und haben dementsprechend hier wieder eins mehr, die Rageless Flöte. Ich habe vorher schon ein paar gesammelt, ich hoffe, ich kann euch dennoch alle zeigen. So, das zweite Item, das wir uns suchen wollen, ist hier kurz verschnörkelter Schlüssel. Und der ist hier in diesem kleinen Lager drin, in diesem Nagerlager. Und zwar haben wir das hier oben bei den Koordinaten 62, 22 und ich weiß jetzt nicht, ob hier immer keine Mobs sind, aber ja, hier sind keine Mobs. Man kann den Schlüssel quasi einfach looten und damit haben wir auch schon das zweite Item uns eingeheimst hier. Und ich würde sagen, wir schauen weiter zum nächsten. So, dann sind wir am dritten Spot und zwar ist der hier oben bei den Koordinaten 52, 14 und ich hoffe, ihr findet den, weil ich habe den anscheinend hier schon mal irgendwo angeklickt. Den habe ich schon im Achievement, deswegen kann ich euch den leider nicht zeigen. Juliens linker Stiefel ist das. Und ja, der muss anscheinend genau hier irgendwo rumliegen, also ich denke mal, der ist auch nicht in irgendeiner Höhle oder so. Der flackt hier relativ offen rum. Und ich würde sagen, wir gucken uns dann gleich den nächsten an. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar befindet er sich einmal hier auf den Koordinaten 45, 30 und ich habe hier im Lager schon ein bisschen aufgeräumt und dann müssen wir hier mal diesen Rucksack einmal uns besorgen. So ein Funfact am Rande übrigens, die Dinger sind anscheinend alle nach Blizzard-Mitarbeitern benannt. Habe ich zumindest nachgelesen, ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr sonderlich viele Blizzard-Mitarbeiter kennt. Ja, für das nächste müssen wir dann in eine Höhle rein. Und zwar ist das hier unten, etwa auf den Koordinaten 47, 43, zumindest ist da der Höhleneingang, wo wir rein müssen. Ich stehe nämlich jetzt hier schon von der Höhle. Ich bin erst ein bisschen oben rumgelaufen, aber nein, unten ist es und zwar hier in dieser kleinen Höhle drin. Und dann müssten wir es eigentlich schon relativ gut finden können. Ja, schau, es leuchtet da schon auf. Zack, und da haben wir es. Ich glaube, das ist sogar eine... Ui, cool, da kannst du sogar rausgucken. Das kannte ich noch nicht. Das sieht cool aus. Okay, ich glaube, das ist aber sogar eine Horden-Base irgendwann später. Du kannst zumindest hier ein Lager bauen. Meine ich zumindest. Ja, Volpirer sind ja auch als Allianzler-Kanzler, wie ihr gesehen habt, auch einfach reinlaufen. So, als nächstes haben wir hier dann Bryans Kamputta Kompass. Und der ist hier unten bei dem Hafen, und zwar etwa bei den Koordinaten 37, 30. Und zwar befindet er sich hier unten ein bisschen unter diesen Ruinen, diesen Steinen, einfach looten. Und dann haben wir das Nächste, und ich würde sagen, gucken wir gleich mal weiter. So, das Nächste, was wir brauchen, soll anscheinend etwa hier liegen. Ich habe das aber schon aufgemacht. Das ist hier ofersgebundenes Notizbuch. Das ist auf den Koordinaten 26, 52. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, es könnte auch eine Etage höher liegen. Ich habe es, wie gesagt, schon aufgemacht. Ich denke, es ist aber hier. Da läuft gerade auch einer hin und macht was auf. Also müsste wahrscheinlich hier auf dem Tisch liegen, ne. Dieses Tagebuch von der Werten Ofer. Oder Ofer, ist das mit männlicher oder weiblicher Name? Ich weiß es nicht, ja. Egal. Hauptsache, wir finden das Ding. Das Nächste ist dann hier Skys Lieblingsstein. Und den haben wir hier unten auf den Koordinaten 29, 59. Und der liegt einfach hier in dem Volpira-Lager. Einfach rum, da liegt ein Stein quasi. Aufsammeln und das geht weiter. Wie viel Gold haben wir denn eigentlich danach? Ne, das ist... Naja, gut. Also, reich wird man damit auf jeden Fall nicht. So, das nächste Item haben wir dann hier unten. Und zwar auf den Koordinaten 36, 78. Und zwar ist das Ians leere Flasche. Und ja, die ist hier oben ein bisschen in der kleinen Erhöhung. Hier zwischen den Kisten. Und zwar hier haben wir das Item. Und mal vielleicht hier die Karte. Also hier quasi unten in dem Hafen. Und dann hier in der kleinen Erhöhung in so einer Kiste mit. Oder an so einer Kiste mit dran. Dann haben wir das nächste hier in der Ruine. Und zwar, na, Pharaos Fläschchen heißt es. Und das ist auf den Koordinaten 43, 77. Und das liegt einfach hier bei dem Troll nebendran. Jetzt glaube ich auch, als Hordler kann man hier einen Stützpunkt aufbauen. Aber als Allianz wird mir ja auch nicht angegriffen. Das ist ganz gut eigentlich. Dann haben wir das nächste Ganze in der Nähe. Und zwar in diesem kleinen... Dieser kleinen Einbuchtung drin. Und zwar ist es hier bei 46, 76. Und das ist Zachs. Zachs. So rum. Zachs Feldflasche. Und die haben wir hier hinten auf dieser kleinen Kiste. So. Das nächste, was uns interessiert, ist dann hier... Ja, sonst rostige Klinge. Und die habe ich anscheinend auch schon mal irgendwo mitgenommen. Ich vermute jetzt mal, dass sie etwa hier unten irgendwo im Dreck unter der Brücke liegen müsste. Ähm, das kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, weil, wie gesagt, die habe ich irgendwo beim Questen anscheinend schon mal mitgenommen. Oder vielleicht liegt sie auch auf der Brücke. Aber ich vermute eher, dass sie unter der Brücke liegt. Und wir sind hier quasi bei den Koordinaten 56, 70. Dann ist das nächste Item hier auf diesem Tisch. Das nennt sich Julis gesprungene Schüssel. Und das ist quasi an einem von diesen Tempelanlagen dort. Hier links. Und zwar ist das hier unten bei den Koordinaten 53, 8 und... Ne, 89 so rum. Hier einfach an diesem Tempel unten dran. Und dann, hier wenn man hochläuft, quasi links. Dann können wir einfach die Schüssel aufnehmen. Ist nicht sonderlich gut versteckt. Und dann brauchen wir nur noch ein einziges, um quasi unsere Tiefen fertig zu haben. So, dann kommen wir zum allerletzten. Und zwar ist das hier einmal ganz unten bei 45, 90. Das ist nämlich das Porträt von Commander Martens. Und ihr seht schon hier, diese paar Treppen muss man hochlaufen hier unten. Und dort haben wir ein Haus. Und in dem Haus sind ein paar NPCs. Die wir jetzt mal desorientieren. Und dieses wunderschöne Bild. Und tada, da haben wir unser Achievement. Ja, das war's schon. Ein paar Sachen aufklauben. Wie gesagt, ich packe euch die Makros, dass ihr die Notes habt. Einmal unten mit in die Infobox. Und zusätzlich müsst ihr euch halt das Addon TomTom einmal hochladen. Weil ihr dementsprechend nur damit quasi die Marks auf der Karte habt. Was ich auch empfehlen kann. Handynotes hat anscheinend jetzt auch einige von den Teilen drin. Also da vielleicht mal gucken und sich das vielleicht noch holen. Bringt vielleicht auch was. Oder ihr habt jetzt eh gesehen, wo die Dinger sind. Ihr könnt sie natürlich auch anhand des Videos abklappern. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim grauen Items abklappern. Ich werde jetzt mein ganzes Zeug, mein ganzes Stuff hier erstmal verkaufen. Und mal gucken. Naja, 10 bis 20 Gold könnten es bringen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen helfen können. Sollte das der Fall sein. Würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.